Freunde, heute wird es richtig interessant und zwar soll auch Memphis Depay in den Überlegungen des BVB eine Rolle spielen. Der FC Barcelona will den Niederländer unbedingt von der Gehaltsliste streichen. Grund dafür ist, dass man Ressourcen freischeffeln muss, damit man die Neuzugänge um Robert Lewandowski registrieren kann. Im Zuge dessen war eigentlich geplant, dass Memphis Depay den Verein für eine Ablöse um die 20 Millionen Euro verlässt. Laut Fabrizio Romano sollen aber mittlerweile die Anwälte der beiden Parteien sogar eine Vertragsauflösung in Erwägung ziehen. Die Voraussetzung für Depay wäre allerdings, dass er weiß, zu welchem Verein er in der Folge wechseln wird. In der Vergangenheit wurde er vor allem mit Tottenham in Verbindung gebracht, jedoch waren die Spurs nicht bereit dazu, die 20 Millionen Ablöse zu zahlen. Depay selbst strebt in jedem Fall einen Wechsel zu einem Topklub an. Und hier kommt jetzt natürlich auch Borussia Dortmund ins Spiel. Depay soll in den Überlegungen der Dortmunder eine Rolle spielen, sollte dieser seinen Vertrag auflösen. Jetzt stellt man natürlich auch die berechtigte Frage, Depay für ein Jahr und ist er überhaupt der richtige Spielertyp? Beide Fragen kann man eigentlich nur mit einem Nein beantworten. Trotzdem wäre Depay eine Topverpflichtung und würde sogar für einen dauerhaften Verbleib Sinn machen. Denn wie wir wissen, ist Depay in der Offensive flexibel einsetzbar. Er kann in der Sturmspitze über die Außen, aber auch als Zehner eingesetzt werden. Darüber hinaus ist er einer, der Tore garantieren kann. Bei einer Mannschaft wie dem BVB sowieso. Klar, er bringt nicht die körperliche Präsenz mit, aber dafür hat er das gewisse Etwas, wie es zum Beispiel ein Alcacer hatte. Und er bringt halt auch die Anlagen mit, bei einer Haller Rückkehr auf den Flügel auszuweichen. Eine Position, die beim BVB nicht gerade überbesetzt ist. Und spätestens, falls ein Hazard wechseln sollte, herrscht sogar noch ein gewisser Bedarf auf dieser Position. Von daher würde es meiner Meinung nach absolut Sinn machen, über eine Verpflichtung von Depay nachzudenken, sollte dieser tatsächlich seinen Vertrag auflösen. Das ist halt die Grundvoraussetzung dafür, dass das hier überhaupt zustande kommen kann. Angeblich soll der BVB sogar bereits beim Management angefragt haben, um die Lage auszuchecken. Sollte Depay also Bock auf Dortmund haben, könnte die Geschichte um eine mögliche Vertragsauflösung an Fahrt gewinnen. Jetzt aber mal die Frage an euch. Was haltet ihr von Memphis Depay? Denkt ihr auch, dass er aufgrund seiner Flexibilität ein geeigneter Kandidat wäre? Oder sagt ihr, der Spielertyp muss stimmen, Depay ist nicht der richtige? Schreibt mir unbedingt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.